Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal. Und ich gerade überlege, wie ich hier vorbeikomme. Wieso kann ich an dieser Wende nichts anbringen? Ja, in der letzten Folge sind wir ausgebrochen quasi. Aus Versehen eigentlich nur. War eigentlich nicht meine Absicht vorbei. Eigentlich kann ich doch hier einfach da das Portal hinlegen. Und da. Und dann hier wieder rüberspringen. Easy going. Äh, und jetzt, äh, ich bin total perplex von letzter Folge, weil ich dachte, äh, im Portal redet es sich eigentlich nur um Rätsel. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Ich hab auch keine Ahnung. Oh Gott, die zerquetschen mich. Oh. Okay. Gucken wir erstmal hier entlang. Was haben wir denn hier? Schon mal eine Tür, die wir nicht öffnen können. Okay. Eine Lüftungsschacht. Wahrscheinlich so gesund zu sein. Jetzt zerquetschen mich gar nicht. Ich mach mich hier voll die totale Angst. Echt mal oben bleiben sollen. Was auch immer du bist. Wir nehmen uns mal so ein PC mit. Wir können mal vökeln, wenn wir draußen sind. Der Kuchen ist eine Lüge. Ja. Wundert mich nicht, warum du konservend bist, wenn dir der Kuchen eine Lüge ist. Die bitte, was? Ach, da oben soll ich hin? Nehme ich jetzt einfach mal stark an, weil, äh, woher soll ich denn sonst hin? Ui. Ja, schön. Ja, ich... Och, Mann. War wohl so wert. Er ist mit Orientierung fast nicht. Ich weiß nie, wo ich bin, wenn ich irgendwo herkomme. Okay, hier können wir springen, aber es bringt nichts, weil wir uns hier nirgendwo ran tackern können. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald. Und sie riefen, und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als auch. Das war toll. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob... Das war toll. Natürlich hast du nur so getan, als ob... wer auch immer du bist. Ich weiß nicht, Mann. Achso, ich kann ja durch den Zaun schießen. Das vergesse ich. Okay, kann ich hier weiter lang? Nein, ich muss noch höher, ne? Ah, hier nicht grad noch. Ah. Ich meine ich doch. Gut, der Blaue bleibt einfach mal bestehen. Oder wir schießen den Blauen noch ein Stück höher. Der Rundbo. Okay. Ja, easy going, ne? Gefällt mir. Als wäre ich mich da jetzt durchbrüllen würde. Ich bin was Besseres. Hier sind Sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht... Wie soll ich jetzt versuchen, da rüber zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich muss da doch gar nicht rüber gehen. Das ist einfach meine Portal Gun an. Was ist los mit mir? Ganz falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät zu umgehen. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Ich habe hier keine Übersicht, wo ich hin muss. Ich schieße da einfach ganz oben hin. Und dann schaue ich mal. Ach, wo soll ich denn hin? Ich kann gerne mal hier rauf springen. Ähm. Und dann gehe ich mal da rüber. Gott weiß ich. Nö. Mein Portal ist mal da. Alles cool. Das ist creepy. Es ist zum... Lass mich in Ruhe. Bin ich jetzt richtig? Ja. Okay. Äh. Vor allem hier sind wir diese Plattform. Das ist richtig cool gemacht. Ich bin hier quasi eigentlich nur auf der Flucht. Sie tun mir wirklich leid, denn Sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh, Mama. Tja. Kommen Sie noch einfach zurück. Ich frage mich gerade einfach nur, wie ich hier weiterkomme. Also, der Pfeil sagt mir, ich soll nach oben. Wie komme ich da jetzt hoch? Hier kann ich das Ding ja nicht verwenden. Das war der blaue. Ich kann natürlich den gelben da einfach hinsetzen, aber dann kann ich da nicht rüberspringen. Habe ich da eine andere Wahl? Hm. So, blau. Ich hätte es doch fast... Ich habe es doch geschafft. Ganz ehrlich, ich habe es doch geschafft. Das ist gemein. Komm, laden. Kann man das selber speichern? Man kann selber speichern, okay. Okay, dann speichere ich jetzt mal kurz ab. Speichern. Zack. Aber jetzt funktioniert es, wenn ich speichere, ne? Am Arsch. Und laden. Theo, kommen Sie noch einfach zurück. Aber wer hat die ganzen Sachen hier drauf gekritzelt? Das frage ich mich einfach nur. Das ist schon wieder so ein kleines Überlebensversteck, ne? Aber was will er mit den PCs? Was will er denn hier mit den PCs? Nö, mal einfach... Moment. Du siehst mir schwerer aus. Ich nehme dich mit. Nein. Nicht der PC. Die Flasche. Obwohl, du scheinst mir noch ein bisschen schwerer zu sein. Bewegt ihr euch? Wer da? Noch jemand? Ihr seid zwar süß und so, aber ich muss dich leider umschubsen. Was ist denn das jetzt? Ich bin dir nicht böse. Wieso ist da so ein Haken? Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Führen Sie mich? Nö. So. Ah, jetzt bin ich... Ist das ein anderer Ort? Da komme ich gar nicht hin, ne? Ich bin doch gar nicht runter. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da runterfalle. Wie komme ich hoch, wenn ich runterfalle? Ich habe da ein bisschen Angst vor. So. Ich mache einfach gelb daran und dann springen wir runter. Oh, speichere ich noch ein bisschen. Du bist so süß. Entschuldigung, Verzeihung. Ach, du bist so cool. Hier, da kannst du gerne gucken. Suche. Bitte, lass mich runter. Was soll das? Ich kann nichts dafür, du bist so süß. Komm, bleib mal stehen. Ich nehme dich gleich mit. Und tschüss. Verschiedene Wege? Suche. Ach, nee, von hier komme ich. Von hier komme ich. Ich bin doch runtergefallen. Hä? Oder hat sich hier den Boden aufgetan? Ich weiß, das ist verwirrend. Komm mit, meine Süße. Hoppla. Hoppla. Oh. Kann ich sein für, du bist so süß. Ich nehme dich mit. Für immer. Du bist jetzt mein. So. Drüber, ja? Ich will dich mitnehmen. Nicht umfallen. Bitte nicht umfallen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber ich töte dich nicht. Ich mag dich. Bleib da einfach stehen. Ziel verloren. Oh, so süß. Ziel verloren. Gute Nacht. Sie ist toll. Hallo. Okay. Äh, wir müssen hier gar nicht lang, ne? Dann kann ich sie doch mitnehmen. Ja. Komm, meine Süße. Wie komme ich da jetzt hoch am besten? Ich lasse dich kurz stehen, ja? Ich überlege nur kurz. Ah. Ha. Mit ein bisschen Schwung. Ich glaube, so kann ich dich gar nicht mitnehmen. Okay. Nicht sterben. Nicht sterben. Sag doch was. Lilly. Ich habe sie Lilly getauft. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, sie ist verwirrt. Kenn ich. Lilly. Lilly, es tut mir leid, dass ich dich erleiden lassen musste. Das ist ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Weißt du, was ich mit dir mache? Genau das. Hä? Wieso ist die Tür zu? Wieso ist hier alles wieder ordentlich? Oh. Die schließt sich automatisch. Was soll das? So, dafür nehme ich die Fail-Akte mit. Hey. Fail-Akte. Das bist du. Du bist ein Fail. Oh. Oh, ich habe es geschafft. Oh, noch nicht. Du bist aber nicht so süß. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der Knopf bringt mir nichts. Okay. Ich gehe es mal hier hin. Ich bin weg. Da kannst du mich gar nichts bekommen. Weißt du, du kannst eine Scheibe zerschießen. Aber so dummen Stuhl kannst du nicht zerschießen, ne? Ja. Oh Gott. Hier, nimm das. Ich bin weg. Oh. Das war close. Das war close. Ich würde da ja gerne hingehen, aber... Wie? Hier ist kein Lüftungsschacht. Gar nichts. Kann ich das, wie ich mitnehme? Gut, kann ich dich mitnehmen? Ist das möglich? Nö. Habe ich halt einen Stuhl. Und den Stuhl hast du doch nicht getroffen, oder? Bitte was? Oh Gott. Okay, das bringt wahrscheinlich nichts. Moment. Aber natürlich. Wo läuft das denn? So läuft das also, ne? Ihr Truller. Kaputt machen kann ich dich damit wahrscheinlich nicht, oder? So, wir machen dir jetzt mal die Tür zu. Nö, nö. Okay, ich versuch's gar nicht erst. Ich kann's versuchen, sie kaputt zu machen, aber... Nee, das ist es mir nicht wert. Geht wahrscheinlich nicht. Nö, mich nur enttäuscht. Jetzt? Ich will nur den Stuhl. Ich bin gleich wieder weg. Nur den Stuhl. Fuck it. Er ist echt nirgendwo ran, Bing. Okay, wie krieg ich das hin? Wie krieg ich da jetzt so'n Zauberwürfel her? Hoi's! Hallo! Was geht? Hast du nicht so wirklich irgendwo'n Zauberwürfel gesehen? Ich glaub, hier war nichts Würfelartiges, oder? Ob ich raufspringen konnte, oder irgendwas... Kann ich irgendwas mitnehmen? Ja, von hier aus kann ich sowieso nichts mitnehmen. Ich bin schon wieder weg. Keine Sorge, ich hab nicht hingeguckt. Gut. Den wollten wir einen zweiten Stuhl mit. Kann ich den Stuhl nicht einfach drehen? Dann wäre er doch groß genug, oder? Ich bin ein Genie. Okay, das ist aber ungesund hier. Das ist sehr ungesund. Ähm... Da oben geht's ja nicht weiter, ne? Oh, gut. Machen wir das einfach so. Wie schafft man das denn auf ne aller Art und Weise? Musste man das mit den Stühlen machen? Wie kann ich vorstellen? So, weiter geht's. Das ist richtig cool, Freunde. Ich hab richtig viel Spaß an dem Spiel. Wieso hab ich das zuvor noch nicht gespielt? Versteh ich gar nicht. Das ist aber richtig crazy. Richtig crazy finde, dass der Sero ist. Und nach oben, ja? Okay, das ist... Das ist rutschig. Wie wär's, wenn wir einfach rausgehen? Das ist doch, äh... Netter Gedanke, oder? Das ist doch, äh... Okay, alles ist gut. Äh, wir gehen als nächstes da rüber. Okay. Äh, dann gehen wir doch einfach da hinten rüber. Hallo! Oh, ihr seid so süß. Wird euch im liebsten behalten. Oh, das ist nett. Okay, ich möchte gerne da rauf. Okay. Das ist schön. Oh, ich liebe es, die Dinger, mit den Dingern zu spielen. Das ist so cool. Aha! Das ist der oberste, ja? Okay. Ähm, dann aktivieren wir mal das. Und das. Scheiße. Ich will nur auf Durchreise. Okay, vernichten wir erst mal die anderen. Hallo. Ich will runter. Da bis unten. Fahrer hoch. Netter, lass mich runter. Okay, ich lass dich runter. Wie nervös die werden. Das ist so süß. Hey. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Das ist so cool. Noch jemand da? Nein. Bitte, lass mich runter. Es tut mir leid. Ich würde euch am liebsten alle behalten. So. Okay, wir waren da oben drauf, ne? Was würde es mir bringen, so einen Sprung zu machen? Ich muss da oben hin. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Das heißt, wir machen da jetzt einen hin. Und da einen hin. Schön mittig und schön an den Rand. Ach, fuck. Abwechselnd muss ich das machen. Okay, abwechselnd. Coole Nummer. Gefällt mir. Gefällt mir definitiv. So. Äh, wir setzen den blauen da hin. Und den gelben setzen wir da hin. Das heißt, wir springen jetzt in den gelben rein. Kommen aus dem blauen raus. Springen in den gelben rein. Äh, setzen hier oben den gelben drauf. Genau. Dann hätten wir es eigentlich fast geschafft. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, Freunde. Okay. Also, ich muss ja von hier aus darüber springen, ne? Äh. Äh. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Okay. Gut. Ähm. Wir setzen da den blauen hin. Wir setzen hier einfach nur. Ist egal, wohin den gelben hin. Dann springen wir ins gelbe jetzt. Kommen aus dem blauen raus. Äh. Wir müssen jetzt nicht ins gelbe nochmal reinspringen, ne? Wir müssen ja hier rauskommen. Wir müssen hier rauskommen und nicht da reinfliegen. Äh. Ich hab... Okay. Ich weiß. Ich weiß. So, wir springen jetzt hier rein. Komm da raus. Spring da nochmal rein. Komm da nochmal raus. Äh. Dann setze ich den blauen da hin und versuche in den gelben zu springen. Gucken, ob ich das hinkriege. Nein. Zurück. Hä? Soll das denn funktionieren? Ach, natürlich. Ah. Lass mich in Ruhe. So zum Beispiel. Okay. Vielleicht nicht so gewollt, aber so umgesetzt. Okay. Gut, Freunde. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wusst, wo es da anhört? Wo ist da andere hin? Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Einer ist verschwunden. Das ist mir scheißegal. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. 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 Jetzt sind es wieder zwei. Tschüss. 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 Tschüss.